Hallo, mein Name ist Dieter Schubacher und ich leite die Generalagentur der GOTA in Grevenburg. Nichts ersetzt einen persönlichen Kontakt, wenn es um so grundlegende Entscheidungen wie Versicherungsschutz, Vorsorge oder Vermögensanlage geht. Sie profitieren von meiner 30-jährigen Berufserfahrung und der Fachkompetenz meines Teams. Zu unseren Stärken erzählt die ganzheitliche Beratung. Wir erarbeiten in maßgeschneiderte Lösungen für Ihren persönlichen Vorsorgebedarf. Dazu steht uns bewährte Software zur Verfügung. Die GOTA-Konzeptberatung für Privatkunden. Von A wie Altersvorsorge bis Z wie Zahnersatz bieten wir Ihnen die gesamte Palette an erstklassigen Versicherungen und Vorsorgeprodukten aus einer Hand. Bei uns stehen Sie als Mensch im Mittelpunkt unserer täglichen Arbeit. Dies wurde uns auch von neutraler Stelle bestätigt. Zu wiederholten Male wurde unsere Agentur mit der Bestnote Exzellent für unsere Serviceleistung und Zuverlässigkeit ausgezeichnet. Neben unseren großzügigen Öffnungszeiten können Sie darüber hinaus auch Ihren Wunschtermin mit uns vereinbaren. Papierwerke suchen Sie bei uns vergeblich. Unsere digitale Aktenführung macht es möglich, dass Ihnen jedes Teammitglied unkompliziert weiterhelfen kann. Im Schadenfall erledigen wir alles ganz einfach und schnell für Sie. Bei Bedarf empfehlen wir Ihnen Handwerker aus unserem regionalen Netzwerk. Ich bin gerne Kunde der Generalagentur Schumacher, weil ich dort immer jemanden erreiche und mich um nichts selber kümmern muss. Ich kann das Team bedenkenlos weiterempfehlen. Testen Sie doch uns und unseren Service und schauen Sie einfach mal in unserem Büro vorbei. Sie finden uns in der Friedrich-Bergestraße 3a in Griffenburg-Riefenigofen. Wir freuen uns auf Sie!